Musik Achtung, Achtung, hier spricht Berlin Mit diesen Worten startete 1923 die erste drahtlose Radioübertragung Deutschlands in Berlin unter dem Funkturm. Mit genau diesen Worten wurde unter dem Berliner Funkturm 2015 nun auch in den Messehallen des ersten Berliner Automobilsalons die erste Motor World Classics eröffnet. Ein Neuanfang in der Welt der klassischen Automobile. Im Salon, der Halle 18, beginnt die historische Reise. Alle Stände sind im Design des früheren Automobilsalons gehalten. An den Säulenbögen, wie man sie aus den historischen Bildern kennt, prang die Namen der einzelnen Aussteller. Musik Ein Ausflug in die gute alte Zeit. Die Musikkombo, die Herren von der Tankstelle, trellern alte Gassenhauer. Wer ganz traditionell durch den Schuhputzerglanz auf das Schuhwerk kommt, ist Zeit fürs Auto bestaunen. Nebenan stutzt Friseur, Bad und Frisur. Die schicken Stewardessen im Look der 50er Jahre führen die Besucher immer mit einem Lächeln auf den Lippen durch die Hallen. Über 20.000 Besucher erlebten am vergangenen Wochenende in Berlin die Premiere der Motor World Classics. Ein Start, der manchen vorab Kritiker verstummen lässt. Eine Hommage an Berlin und an den vor wenigen Tagen gefeierten 25. Jahrestag der Wiedervereinigung ist die Sonderschau, Klassiker der großen Teilung in Halle 14. Die Fahrzeugpaare aus Ost und West aus vier Jahrzehnten, von 1950 bis 1990. Gezeigt wurden absolute Raritäten wie ein Volkswagen-Eigenbau, der auf einem ehemaligen Kübelwagen basiert, ein eigenkonstruierter Alfa Romeo Rennwagen und viele Zeitzeugen der ostdeutschen Automobilgeschichte, wozu auch Exemplare des Trabis, Wartburg und der elegante Melkus RS 1000 zählen. In derselben Halle zeigte Volker Schlegelmilch Werke aus 50 Jahren seiner Schaffenszeit als Formel-1-Fotograf. Der Stand der Motor World hatte neben Raritäten wie einem Maserati 3000 auch einen PS-starken Rolls-Royce-Rennwagen mit Rolls-Royce-Flugzeugmotor und den ehemaligen Volkswagen-Käfer von Paul Newman. Dazu gab es Informationen zu den neuen, entstehenden Motor World-Stützpunkten. Besonderes Interesse fand die Berliner Motor World Manufaktur. Unter dem Stern des Mercedes-Benz-Stands stand der heimliche Star der Youngtimer auf der Motor World Classics. Ein Mercedes-Benz W124 E60 AMG Limited aus den 1990er Jahren mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde in 4,5 Sekunden. Das Wochenendwetter überraschte mit Sonnenstrahlen und der Sommergarten verwandelte sich im Handumdrehen zu einer Hauptattraktion der Motor World Classics. Ein stetiges Kommen und Gehen der exklusiven Klassiker machte die Wege des Gartens zum Laufsteg der automobilen Schönheiten. Johannes Hübner und Andreas Sinhuber unterhielten die Zuschauer auf der Kaffeeterrasse. Vor der Skulptur eines Trabants aus Sandstein feierte Radio 1 sein 10-jähriges Bestehen und übertrug ihre Jubiläumssendung direkt von der Motor World Classics. Die Motor World Classics überreichte zu diesem Anlass eine Torte, die standesgemäß durch Ulf Schulz auf einer klassischen FN seines Großvaters vorgefahren wurde. Die nächste Motor World Classics ist für 2016 angesetzt.